So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO. Ich habe es heute ja schon angekündigt. 10 Uhr haben wir das Infovideo zum Bidiza-Tag für Donnerstag rausgehauen und 15 Uhr ungefähr. Wollte ich dann noch ein Gewinnspiel machen. Für jede nochmal. Bitte hört zu. Wenn wir ein Gewinnspiel machen, dann machen wir die in der Regel eigentlich immer an einem Dienstag. Da seht ihr ein Video, dann wisst ihr, was ihr alles machen müsst, um teilzunehmen. Und das läuft dann eine Woche bis zum Montag. Das ist so die geltende Regel. Ich weiß jetzt schon, dass da wieder Leute am Mittwoch im Stream fragen. Ramses, wann ist eigentlich die Auflösung? Wann ist die Verlosung? Wann löst du das auf? Ramses? Das ist irgendwie jedes Mal das gleiche. Dienstag, Gewinnspielvideo, jetzt hier. Ihr habt eine Woche lang dann Zeit, sozusagen mitzumachen und am Montag abends im Stream ist die Auflösung. Das haben wir bis jetzt immer so gemacht. Ist eine gute Zeit, dass wir das eine Woche laufen lassen, damit viele Leute es mitkriegen, die Chance haben mitzumachen, obwohl es trotzdem die meisten verpassen. Die meisten sehen dann am Montag, wenn der Stream heißt, chill mit Ramses, Level 40 Account Verlosung, drücken die den Stream an und was muss ich tun? Wo stehen die Codes? Und egal. Ihr habt jetzt hier das Video. Bis Montag ist Zeit mitzumachen. Montag 20 Uhr, chill mit Ramses, der Livestream. 21 Uhr, die Auslosung, steht auch im Stream angepinnt, in der Nachricht mit dabei. Ihr müsst dann anwesend sein. Das heißt, wenn ihr mitgemacht habt, stellt euch halt einen Wecker, keine Ahnung, sonst was. Und meldet euch, wenn ihr gezogen werdet im Chat, sagt Bescheid, dass wir wissen, dass ihr das seid und nicht irgendeiner sich einen Fake Account anfertigt und dann plötzlich einen anschreibt und sagt, ja, das war ich, ich wurde übrigens gezogen. Wir müssen es leider so machen, da gab es in der Vergangenheit mal Probleme, dass sich einer da gemeldet hat mit einem Fake Account. Und dann kurz danach sich der wahre Gewinner gemeldet hat und dann war das schon weg. Da ging es damals um Google Play Guthaben. So, wir haben jetzt wieder eine Account-Verlosung für euch vorbereitet, also ein Level 40 Account Gewinnspiel. Ist eigentlich immer sehr begehrt, so ein Level 40 Account, da die Leute dann Pokestops einreichen können. Sie können ihre Pokémon maximieren, sie können XL Baumoms verdienen, sie können ihn als Raid-Hilfe nutzen und so weiter. Was ist das? Jetzt muss ich hier schnell das wegmachen. Ne, das andere. Hungle ist jetzt ein Wurm. Wow, wir haben ein neues Mitglied. Willkommen, Hungle, du Wurm. Ja, egal, jetzt zurück zum Thema. Das Besondere an diesem Account ist auch wieder, er hat kein Team. Das hat Vor- und Nachteile. Der größte Nachteil wäre, wenn er kein Team hat, dann kann er natürlich auch keine Raids machen, beziehungsweise konnte bis jetzt keine Raids machen. Der ist also ohne Raids auf Level 40 gekommen. Der größte Vorteil, den er hat, der hat also dementsprechend keine legendären Pokémon, aber der größte Vorteil, den er hat, ihr habt eine freie Teamwahl. Das heißt, ihr könnt das genau anpassen, ob ihr sagt, ihr habt einen gelben und ihr wollt einen zweiten gelben, damit ihr zu zweit kämpfen könnt, von den Boni profitiert oder ob ihr sagt, ihr habt einen gelben und sitzt immer ewig bei euch in einer Arena in der Nähe, weil euch keiner rauskickt und macht den jetzt blau, sodass ihr euren gelben immer rausholen könnt. Können den blauen reinsetzen, nächsten Tag holt ihr den blauen raus, setzt den gelben rein, sodass ihr immer die Coins bekommt, wodurch ihr dann auch wieder Pässe kaufen könnt, Glückseier, Sternstücke, sonst was, irgendwelche Sachen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, ist das jetzt gut, ist das schlecht, ist das ein Vorteil, ist das ein Nachteil. Der Account heißt Tukhi... Tuk... Tuk... Tukchigil... Irgendwas, keine Ahnung. Der ist bereitgestellt von Tönchen Tönchen oder auch Toni genannt. Wer im Fanschat unterwegs ist, bei Telegram, Link in der Beschreibung, kennt sie vielleicht, wird da schon mal von gehört haben, hat mich einfach angeschrieben, und hat gesagt, hier, ich hätte einen Account zum Verlosen, wenn du Bock hast, und hat mir den jetzt überreicht gehabt, den habe ich jetzt eine Woche oder so, aber wir hatten ja das Relaxo-Gewinnspiel, jetzt können wir den raushauen. Also, vielen lieben Dank an Tönchen Tönchen, a.k.a. Toni. Toni Macaroni. Wie heißt die denn? Antonia? Ich weiß es nicht, deswegen Toni Macaroni am Start, auf jeden Fall. ihr habt sogar eine freie Namenswahl bei dem Account, ja. Also, ihr müsst nicht denken, dass der Account, weil er so heißt, so heißen muss, für alle, die das nicht wissen, wenn ihr hier auf Einstellungen geht, dann könnt ihr hier Spitznamen ändern drücken, ja. Dann nochmal, und dann könnt ihr irgendwas anderes eingeben. Zack. Und dann könnt ihr diesen Namen jetzt nehmen, und könnt euch so umbenennen. Macht ihr aber nicht. Deswegen gehen wir jetzt zurück. Also, ihr könnt den Account beliebig benennen, wie ihr möchtet. Toni Macaroni zum Beispiel. Ihr könnt euer Team wählen. Auch eine feine Sache. Freunde? Hat er? Gar keine. Haben wir noch Freunde da? Damit könnt ihr auf jeden Fall ein paar Leute etten. Mal euren Namen irgendwo reinpflanzen, und die etten euch dann. Vielleicht kann ich euch auch helfen, wenn ihr sagt, ja, Ramses, kannst du das bitte mal? Dann würde ich den Trainer-Code von dem Gewinner-Account, wir können ja den Trainer-Code mal zeigen, das ist der Trainer-Code von dem Gewinner-Account. Wer Bock hat, kann den ja mal adden, und dann kann der Gewinner die ganzen Freunde mitnehmen, und dann könnt ihr mit dem Gewinner-Account zusammen kämpfen, und spielen, und machen, und tun. Der wird sicherlich sich ein Team wählen, und dann auch raiden, und alles. Das ist die 243899344031. Tippt das mal ein, schickt mal was daher, und dann wissen wir Bescheid, wer hier mitgemacht hat, oder wer da was hingeschickt hat. Jetzt möchten wir euch aber auch gleich die Pokémon zeigen, aber der Professor Willow lacht mich die ganze Zeit hier unten an. Eine mysteriöse Entdeckung, kämpft zweimal in einer Arena, kämpft in zwei Raids, deswegen konnte das natürlich noch nicht weitergemacht werden, weil der kann ja nicht an der Arena interagieren ohne Team. Das könnt ihr dann aber noch machen. Schickt drei Geschenke an Freunde, na gut, da bräuchtet ihr einen Freund. Also eine beunruhigende Situation ist hier noch da, eine Mega-Entdeckung ist da, eine mysteriöse Entdeckung. Das können wir alles mal hier zusammenschieben. Da habt ihr genau hier noch drei Sachen drin. Hier habt ihr das, hier habt ihr jenes. Hier seht ihr gleich noch das Pediza-Event, was im Gange ist. Wir gehen jetzt fix mal hier rein, und gucken uns zuallererst mal an, die hundertprozentigen. Denn was die Leute nicht wissen, ihr braucht ja eigentlich ein Team, damit euer Teamleiter für euch die Pokémon bewertet. Wenn ihr jetzt hier so ein Sonnenfell habt, ihr kennt ja die IV nicht. Ihr wüsstet nicht, ist das jetzt gut, ist das schlecht. Ihr könnt ohne ein Team, die nicht bewerten, dieser Bewertungsbutton, der zwischen Favorit und Verschicken steht, ist hier nicht da. Aber dafür habt ihr ja die Suchfunktion, 4 und Sternchen. Da sage ich auch jedes Mal in jeder Spotlight-Stunde, wenn ihr wissen wollt, ob ihr einen Hunderter bekommen habt, oder generell, fragt nicht immer zu, was ist der Hunderter-Wert, und versucht euch 35 verschiedene Werte zu merken. Gebt 4 Sternchen ein, und dann seht ihr alle Hunderter, die ihr habt. Und wenn ihr die sortiert nach zuletzt gefangen, seht ihr ja, ob ihr gerade aktuell einen Hunderter aufgeschnappt habt. Hier sind Hunderter drauf, hier ist ein Hunderter-Schlupuk, ein Hunderter-Karbador, das hier könnte man entwickeln. Äh, da fehlt einiges. Ihr habt ja ein Hunderter-Griffel, ein Hunderter-Traunfugil, ein Hunderter-Sonnenfell, ein Hunderter-Lunastein, ein Hunderter-Stolos. Könntet ihr auch einen Power-Up geben, oder 3, für die Aufgabe, aber den Staub sollt ihr ja ausgeben, wie ihr möchtet. 2,3 Millionen Staub, weil Reiser ist da als Hunderter, ein Hundertprozentiges Krypto-Kramurx, das ist auf jeden Fall auch eine nette Sache. Hier, Sonnenfell, Lunastein, Lunastein, sind die doppelt, ja, wahrscheinlich. Geowatz ist drauf, Lasho-King und sogar als Buddy genommen. Dann als nächstes, was viele immer interessiert, legendäre Hammer nicht, ist 0, was sind, was ist mit den schillernden, schillernde Hammer hier, wir sortieren die mal nach der Nummerierung, da habt ihr also Shiny, Shigi ist am Start, Horn-Lio ist am Start, nochmal Horn-Lio sind halt Sea-Day-Pogies, für viele nicht so interessant, aber Taubsi ist drauf, ein Krypto-Bloodzug, Focano, Knopfenser, nochmal Knopfenser, Alola Kleinstein, Nocchan, noch nicht so lange im Spiel, erst seit dem, ähm, Kando-Tag, dürfte einigen auch noch fehlen, denke ich mal, Rihorn, auch Sea-Day, aber trotzdem cooles Pokémon, cooles Shiny, Evoli ist da, Relaxo ist da, Gestern hatten wir die Shiny Relaxo Verlosung, wer da Pech hatte, er kann ja jetzt den Account gewinnen und sich das dann einfach holen und rüber tauschen, Visor habt ihr drauf, Griffel habt ihr drauf, Yanmar ist drauf, mehrmals, oh mein Gott, Yanmar, da können wir gleich fünf verschicken, damit wir mehr Platz haben, Junge, wie viele Yanmar, Dummiesel ist auch am Start, Gekabor ist am Start, Flemly, Waumpel, noch ein Waumpel, Schwalbini, Stolunior, mehrere, da habt ihr gleich die ganze Familie voll, wenn ihr die entwickeln möchtet, Lunarstein-Shiny, auch ein sehr schönes Shiny, was viele noch nicht haben, Sonnenfell als Shiny ist hier mit drauf, Panflam, Shamian, Pionsgora, sehr cooles Shiny auf jeden Fall, mit diesem rötlichen, Jorklev, Dusselgur, Litomiv, nochmal Litomiv, habt ihr auch die Familie voll, Skopel habt ihr die Familie voll, wenn ihr das entwickelt, aber das könnt ihr ja wie gesagt selber machen, und jetzt können wir noch einmal über die Pokémon schauen, wenn wir mal gucken, nach den WP stärksten, ja, das sind die WP schlechtesten, was ist hier drauf, Machomai mit 2,7 zum Kämpfen, mit Kondarambos, das sollte man vielleicht jetzt, achso, wir haben keine TMs, ja, die kriegt ihr ja nur, wenn ihr Raids macht, macht mal ein paar Raids, und ändert mal hier, Rambos auf Wuchtschlag, dann das Stolos habt ihr drauf, ihr habt hier ein Arcani drauf, ihr habt Pyroleo drauf, mehrere, Kroniowild, das habe ich noch nicht mal entwickelt, das grüne, das Sommer, Sessokids zu Kroniowild, ja, dann das Shiny Sonnfell hier, Galoppa, nochmal Stolos, alles dabei, Lunerstein, Lectro, Balbisa, Flor, Boah, also, es sind vielleicht jetzt nicht die krassesten Pokémon, da der Account ja eben auch keine Raids machen konnte, aber, wer, den bekommt, ich würde euch sowieso immer raten, das was da ist, entwickelt einfach immer die Pokémon mit den höchsten WP, guckt gar nicht so extrem auf die IV, dann habt ihr erstmal gute, hohe Angreifer, von verschiedenen Typen, nehmt nicht ein 100er WP10 und entwickelt das, was dann bei WP100 rauskommt, nehmt halt ein WP100, entwickelt das, was dann bei WP5000 rauskommt, da habt ihr auf jeden Fall mehr davon, unabhängig von den IV, ähm, ansonsten sind viele coole Shinies drauf, viele, gucken ja eh mal nur nach den Shinies, viele wollen so einen Account nur wegen den Shinies, um den auszuschlachten, und deswegen kommen wir auch jetzt dazu, was ihr machen müsst, oder um was es geht, den zu kriegen, ihr hinterlasst natürlich wieder einen Kommentar unter diesem Video, gebt an euren Trainernamen, gebt an euren Trainercode, gebt einen Text an, was ihr mit dem Account machen möchtet, beziehungsweise warum ihr den gewinnen möchtet, wollt ihr ein Team wählen, welches Team würdet ihr wählen, nehmt den als Raid Hilfe, oder wollt ihr Stops einreichen, oder schlachtet ihr den nur aus, viele haben da kein Problem mit, die schreiben das auch so drunter, ich würde mir das Shiny tauschen, und dann würde ich den wegschmeißen, können da auch machen, das ist der dritte Punkt gewesen, also Trainercode, Trainername, äh, Infotext, Infotext, und als Viertes wieder einen Hashtag, und den zeige ich euch nicht, den sage ich euch nur, Hashtag, jedes Böhnchen, macht ein Tönchen, ja, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen dumm, aber, oder ne, jedes Böhnchen gibt ein Tönchen, gibt, hört sich besser an, schreibt mal gibt hin, dabei ist es eigentlich komplett egal, ob ihr das große oder klein schreibt, alles, da sind auch keine Zahlen drin, das ist einfach nur ganz normal, die Wörter, wie man die schreibt, aber schreibt die Wörter wenigstens richtig, Hashtag, jedes Böhnchen, gibt ein Tönchen, das am Ende eurer Nachricht, und dann passt das, also, macht einen Kommentar, schreibt drunter, Trainername, Trainercode, Infotext, Mitbegründung, und Hashtag, jedes Böhnchen, gibt ein Tönchen, und dann sei dabei, Montagabend, was raschelt der immer zu hier an dem Mikrofon rum, Montagabend, 20 Uhr, Chill mit Ramses, und 21 Uhr, die Auslosung, und wenn ihr gezogen werdet, und dabei seid, dann geben wir euch den, wer nicht da ist, oder wo man gar nicht weiß, was, wie, wo, dann wird weitergezogen, aber 21 Uhr, die Auflösung, das war es jetzt von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis in den Bissau von, und danke natürlich an Toni, Macaroni, und an Adi, dass der immer so gut mitmacht, und die ganze Zeit mit seinem Arsch, das Mikrofon bedeckt, dass man mich nicht mehr hört, Tschüss, okay, Adi nicht, du isst doch meinen Finger, du isst doch meinen Finger, so, Peace out, Vorhaut, euer Ramses, das ist gut, 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 Vielen Dank.